hallo liebe leute heute wieder mal mit mir die ja bei bennicht und ja heute ich bin mal wieder bennicht ich hab gesagt hat um die morgen hier die ich hab leider das gedrückt das ist gebaut fixer machen frithof ist ja immer noch gut frei ist noch platz seniors das wohl stunde wird es so ein limit auf 600 das ding immer hier auf 600 weil konto konto voll kann er nicht ein ich brauche so hier zeug wir haben jetzt gerade wieder 13.000 nahrung wie gesagt letztens auch gemerkt geht der bau ist kohle das ist nicht so frühe 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 ja gut bis schnee pro was soll ich kenne er pop up dinge um kleiner holz hätten als haben wir denn hier bei holz sind hier keine mehr hier keine mehr Hä? Geh nehm... Null Patienten. Das ist doch genial. Ähm... Das tun wir umbauen. Und... Ah. Äh. Und das Ding, ne? Ähm... Ich hab gar nicht so viele Leute. Glaub ich. Ich lass das mal eben machen, ne? Ähm... Wo haben wir denn hier... Wo haben wir denn... Haben wir irgendwelche Wege, die wir noch irgendwie aus Stein machen könnten. Theoretisch die hier unten, ne? Weil... Über mich... Ich wüs's grad nicht, ob da jetzt Stein... So... Hier auch. Und da auch. So. Und... Hier eigentlich auch, ne? So. Das können sie aber beschaften. Die Leute, hier. Ähm... Holz ist voll... Hm... Wir können ja ein bisschen sammeln, eigentlich, ne? Wollen wir mal auf 10.000 machen. Und die Woodcutter... Auf... 1000. Warum ist eigentlich... Warum drückst du hier jetzt mal auf Leertest? Warten wir das mal. Ah, ich bin... Das ist doch... Irgendeine komische Angewohnheit. Hier, da hab ich heute auch Steine bauen. Das ist schon gemacht, ne? 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 Ja. Äh... Hm. So, Leute. Was ist denn hier jetzt? Ach, der Bot... Schön. Was macht der hier? Der hat nix, oder was? Hä? Da hatte ich's zu tun, oder? Ich mein... 500 Limit, ne? Der hat 44. Und... Macht nix. Oh! So, mir gefallen. Zwei Leute gleichzeitig. So, bam! Du mal hier in Häusern bauen. Hä? Das ist wieder zwei da, wisst ihr? Ne, einer war ja da. Stimmt. Einer hab ich ja reingetan als Labor. Und... Na, ich bin halt ab. Ja, was ist hier los? Ja. Ich hab extra hier paar Arbeiter hingestellt. Ähm... Bis es wieder weitergeht hier. Ich brauch Holz... Äh, Steinhäuser. Überall. Weil sonst... Ist es echt ärgerlich mit dem ganzen Feuerholz. Ähm... Hier haben wir noch ein paar Arbeiter... Hier haben wir eigentlich noch ein paar Arbeiter, die wir irgendwo verfrachten könnten. Äh... Ach, sieht das nicht schön aus. Sieht doch schön aus, ne? Ähm... So. Ja, ne Kirsche. Kirsche. Äh, nicht Kirsche, sondern ne Kirsche. Haha. Verramt. Äh, ne Kirsche. Kirsche, 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 Kirsche. Äh, mal gucken. So, hier. 17, 5, 17. Allert voll. 12, 8, 4. Du Gott. Also diese, diese, diese Rinder, die brauchen ja Ewigkeiten. Bühner, die bringen jetzt... Bei 5, 8.000, sagen wir jetzt fast runter. Und da haben wir fast jetzt so... Vielleicht kommen wir bei 8.000 Und dann haben wir noch... Das haben wir theoretisch 4... 4.000 plus zur Zeit. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Sagen wir mal, wenn wir mal hier auf... Das Limit mal auf... 30.000 setzen. Äh, was soll jetzt? Äh, klick, 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 klick. Ähm, ja. So, jetzt. Das Ding geht, bei den Bach runter. Oh, hier, guck mal, die tun die Ernten. So waren gerade bei 7.700, 6, 7.600. Und jetzt muss ich es also da einbringen. Ja, guck mal, hier, das hoch geht. Hochschmält. Äh, kommt man mal auf. Mammut 2000. Feuerholz und normales Holz voll... Äh, 2000. Geht das gut. Äh, da haben die wenigstens ein bisschen... Ja. So. Ich baue nicht jetzt eigentlich gerade hier, ne? Oh, was ist denn da gestorben? So, das Boto mal umbauen. Äh, was hat er denn für uns anzubieten? Äh, äh... Pocha halt. Pocha halt, pocha halt, alles überhaupt nicht. Äpfel hab ich gebraucht, höchstens, ne? Oder Ali... äh, Ali, oder wie hieß das? Äpfel vielleicht, ja... glücklich soll die 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 dorf wurden aus rehmen kommen wir kommen aber sagt das da könnte erklären auch mal hier ein bisschen was bauen und falls ihr hier noch nicht so weit seit fertig sollte man hülse bauen einer ist gestorben das gefällt mir aber nicht so gut weil das ungünstig was das hier so ärgerlich ich kann da hier den weg bauen muss ich hier so ein doppelt weg machen vielleicht ehrlich ja egal da kommt die wiese wind luft ich meine berg stoff irgendwie schon oder was mit ihr so ein bisschen rehen so soll er bei 20.000 was von zwar bei 13 14.000 und da wurde noch nicht alles abgeahndet und es ist auch früh august und es schneit warum scheiße es kann ja irgendwie nicht sein ne komm ab werden das teus bevor es irgendwie weg verdirbt kommt leute ich meine so groß ist so fertig oder guck mal wenn das so sind 15 x 15 12 x 12 ich meine guck mal hier ach du gottes voll ach so ja gut wenn das voll ist müssen natürlich hier lang latschen bis dorthin oder auch nicht wo du die jetzt hin wird es dort nicht hinkommt hier haben doch was genau da ist daher habe ich gerade übersehen habe ich total übersehen guck mal lieber nicht dass irgendjemand weg gestorben ist die ich noch brauche was ja eine neue kirche eine neue kirche ich meine wo sich das fette ding dahin bauen ich wüsste jetzt kein wm platz keinen wirklichen warum stirbt denn da immer jemand es kann ja nicht so sein wie es so sein sollte wo ich aber neben dem friedhof brauche ich auch so ein wieder so ein guck mal doch mal wo tun wir denn so ein fettes ding hier hin hier so moment hier so vielleicht so so eine kirche am gar nicht mehr so schlecht finde ich das und dahinter kommen kann man doch kommen wir doch neun mal elf mal elf mal zwanzig zwanzig ist schon zu groß ein zwanzig ja komm so bauen wir drumherum bissl stein weg so da muss stehen hier ist es aber nicht so okay haben wir jetzt hier so riesige fläche ich hoffe mal der 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 bäume das bäumchen es kann bleiben weil dann könnte man hier so so gucken ob der baum da bleibt wenn nicht so so also der große baum müsste sollte bleiben und der problem ist natürlich wenn diese bäume also der fällt dann irgendwann um und dann so platt habe ich nicht gewonnen aber wenn ich hier noch ein platz frei lasst das vielleicht doch was auch wächst also dieser kleine busch da vielleicht ein größerer bauen wird es wäre ein gewinn na so das haben wir auch was immer bei 14 ja ich habe immer sommer haben wenn man da so hat man beim letzten letztes jahr hat man so bei 14.000 im sommer und dass jemand gestorben und das war nicht so zu fassen es kann es sein hier lang dauern eigentlich mal diese arbeiten her der ist hatte ich so tun irgendwie habe ich das gefühl oder leider zu wenig äpfel